Hallo und herzlich willkommen hier bei einem Video vom Kanal. Wie ihr seht, es schaltet gerade aktuell ein bisschen, wir sind aktuell mitten beim Umzug und nichtsdestotrotz wollte ich euch aber ein sehr wichtiges Video heute aufnehmen und zwar möchte ich euch jetzt regelmäßig meine Fortschritte verfilmen oder aufzeichnen und euch so zeigen, wie es, ich sag mal, im Zwei-Wochen-Schritt so bei mir läuft, wie es aktuell aussieht und ja, wir sind jetzt eine Woche nach meiner Magenverkleinerung. Das nächste Update kommt dann nach einem Monat, wenn ich zu der Nachsorgeuntersuchung ins Krankenhaus gehe. Nichtsdestotrotz wollte ich euch einfach den Stand vor der OP aktuell und dann natürlich auch zukünftig zeigen. Das ist mir wichtig und ja, aus dem Grund zeige ich euch jetzt, wie es aktuell bei mir aussieht oder wie es vor der OP aussah, was aktuell aussieht und ja, ich möchte dann einfach so transparent, wie es geht für mich sein. Mein Gewicht vor der OP waren 140 Kilogramm, das ist wieder eine, ja, eine gute Menge. Mein Rekordtief waren ja mal 120 Kilo, dann habe ich aber über eineinhalb Jahre mich nicht mehr ganz so fleißig bewegt, nicht mehr so auf die Ernährung geachtet und dann hat man das leider, muss ich ehrlich sein, bin ich auch selber schuld, wieder angefangen, durchzuessen und das wieder angefressen, sage ich mal. Genau, aber auf eine Größe von 1,93 mit einem Gewicht von 140 Kilogramm ist das ein BMI von 37,3. Meine Skelettmuskelmasse ist 44,65 Kilogramm, das heißt, ich habe 44,65 Kilogramm, ja, Muskelmasse in meinem Körper. Das ist ein sehr guter Wert, denn der ist überdurchschnittlich, das sollte ich natürlich so gut es geht beibehalten und das ist definitiv auch mein Ziel. Entschuldigt auch für die Bilder, das waren die einzigen Bilder, die ich vor der OP noch kurz so gemacht habe oder direkt nach der OP. Meine Fettmasse sind 50,17 Kilogramm, ja, das ist natürlich deutlich zu viel, das muss so gut wie es geht runter. Ja, es macht ein FMI, also Kilogramm pro Quadratmeter von 13,5, normal sind maximal 5,6. Da möchte ich definitiv auch wieder runter, bekommen wir aber auch hin und mein Phasenwinkel, also die Zellenstruktur ist soweit, ja, gut, also sehr gut. Ich bin voll in der Norm und das heißt, dass, ja, ich soweit mit meinen, ja, mit meinen Körperzellen gar kein Problem habe und das ist auch wirklich gut. Und, ja, so, das war der Stand vor der Magenverkleinerung. Mein aktueller Stand ist folgender. Ich habe jetzt eine Woche, genau eine Woche nach der Magenverkleinerung schon deutlich abgenommen, bin aktuell bei 134,4 Kilogramm. Das macht ein BMI von 36,0, also ich konnte schon gut an Gewicht und, ja, ich sag mal, am BMI verlieren. Das ist auch weiterhin mein Ziel. Ich bin aktuell schon fleißig, wie gesagt, beim Superessen und, ja, ist ein bisschen eintönig. Nichtsdestotrotz bleibe ich da auf jeden Fall dran und, ja, ihr seht mich, wie ich aussehe. Ich schäme mich dafür nicht, das bin aktuell halt einfach ich. So sieht es aus, man sieht so kaum eine Veränderung von außen. Das ist bei dem Gewicht aber natürlich auch klar, vielleicht etwas im Gesicht. Aber, ja, so in der Art möchte ich zukünftig die Videos gestalten. So, jetzt habt ihr einen aktuellen Stand, wie es bei mir aussieht. Und ich habe mich bewusst so vor der Kamera gezeigt, mit meinem Körper, mit dem Übergewicht und, ja, einem Problemchen. Weil ich möchte euch einfach zeigen, dass man trotzdem zu sich stehen soll. Auch wenn es wahnsinnig schwer ist, ich meine, wir nehmen aktuell ab, wir sind fleißig dabei und wir haben auch noch wahnsinnig viel vor uns. Und nichtsdestotrotz können wir aber trotzdem wahnsinnig stolz auf uns sein, was wir uns schon geleistet haben. Ich meine, allein diese OP schon, ja, ausgehalten zu haben oder diese ganze I-Ways-Phase und bis jetzt, eine Woche nach der OP, noch nichts gegessen zu haben. Also vier Wochen wirklich nur Flüssig oder Brei, das kann nicht jeder. Und allein deswegen kann man schon stolz auf uns sein und steht einfach zu euch. Wir sind halt dick. Es ist halt einfach so, wir sind aber dabei, was zu ändern. Und jeder, der dann über einen lästert oder schlecht redet, der hat einfach keine Ahnung, was wir so durchmachen, auf was wir im guten Weg sind. Und genau dem müssen wir nichts beweisen. Steht einfach zu euch, vor allem in den warmen Tagen, versteckt euch nicht in der Pullis, hinter weiten Klamotten oder sowas. Zieht euch einfach so an, wie ihr euch wohlfühlt. Steht zu euren Kurven, denn noch sind sie da, aber wir sind ja gerade dabei, genau das zu ändern. Und ich hoffe, euch gefallen diese Art Videos. Ich möchte das alle zwei Wochen so ein Video machen, wo ich euch meinen Körper zeige, wie es sich verändert, wie es aktuell aussieht mit dem Gewicht, mit dem Körperfett, mit der Muskelmasse. Und ja, ich möchte einfach euch so gut wie es geht mitnehmen, euch teilhaben lassen an meinem Weg, an meinem Erfolg oder wie auch immer. Und ich bitte euch, steht zu euch, seid toll, wie ihr seid, versteckt euch nicht und scheißt auf die Meinung von anderen. Und ja, ich hoffe, euch hat das wieder gefallen. Das nächste Video kommt in drei Wochen zu der Monatskontrolle. Und ja, wenn es euch wieder gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Teilt es auch gerne, zeigt den anderen, ja, wie der Weg so läuft, wie es aktuell aussieht. Und ja, so unterstützt ihr mich. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn gerne. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen meiner anderen Videos. Und ja, macht's gut. Ciao.